Yo, servus Leute, jetzt fangen wir an ECE Durchfahrt in Hühnfeld von der vierten Generation Baureihe 412. Der gute ECE. Ich zeige euch schnell ran, so dass ihr den noch sehen könnt. Hier seht ihr den guten ECE. Wenn euch mein Video gefallen sollte, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert mich auch in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.